Erst verpiss dich, verpiss dich von mir, sonst kriegst du noch eine, verpiss dich von mir, sonst kriegst du noch eine. Okay, jetzt trage und koste dich. Was ist mit ihm, oder? Ich kenne es. Erst verpiss dich, sonst kriegst du noch eine. Erst komm mir nicht näher, komm mir nicht näher. Ja, ich komm mir nicht näher. Okay, dann setz dich hin, verpiss dich von mir. Ich verpiss dich von dir. Aber ich zeig dich an. Zeig mich an. Ich zeig mich an. Und? Scheissdragelkostitsch, oder? Was machst du überhaupt in unserem Land, in meinem österreichischen Land, oder? Du gehst mir irgendwann, ich zahl meine Steuern hier. Du zahlst deine Steuern überhaupt nicht. Während du auf der Strasse jankst, hab ich meine Schule gemacht und arbeite im Krankenhaus.